Musik Die Firma Koller ist ein bodenständiges Unternehmen. Seit über 30 Jahren produzieren wir in unserem Stammwerk in Fittis in Österreich. Seit 1992 auch in unserem Schwesternwerk in Jindrich-Ufradec in der Tschechischen Republik. Auch wenn sich in der Produktionstechnik viel verändert hat, eigentlich beginnt alles immer mit den kleinen Dingen, die erst Gestalt annehmen müssen, mit einer Idee und den Menschen, die sie realisieren. Wir bauen auf Kompetenz und Erfahrung, um Qualität zu produzieren. Hochwertige Einzelteile entstehen nun mal nur durch perfekte Verarbeitung und genaueste Kontrolle. Darum nehmen wir auch die Veredelung unserer Teile selbst in die Hand. Das Ergebnis, gleichbleibende Verarbeitungsgüter in allen Arbeitsschritten. Perfektion, die man sehen und anfassen kann. Gerade deshalb setzen wir auf die modernste Technik in der Planung, Entwicklung und Fertigung. Als Zulieferer wissen wir um den Bedarf des Whirlpool-Marktes an schnell verfügbaren, hohen Stückzahlen und setzen auf die neueste CNC-Technik, die in Planung und Ausführung auf spezifische Kundenwünsche angepasst werden kann. Für die besondere Oberflächengüter der Koller-Produkte sorgt die hauseigene Polierabteilung. Was aber hebt ein schon gutes Produkt zusätzlich von der Konkurrenz ab? Es liegt am Material und der Verarbeitung, an der Präzision, mit der einzelne Komponenten gefertigt werden und am technischen Know-how, das uns zu dem Komplettanbieter macht. Wer Spitzenqualität erzeugen will, sollte nicht am Werkzeug sparen. Moderne Werkstoffe und komplexe Teile verlangen auf sie abgestimmte Produktionsprozesse. Schnelligkeit alleine genügt uns noch nicht. Von Koller erhalten Sie alle Teile, die zum Aufbau eines Whirlpools gehören. In Standard- oder Spezialfertigung. Und das nicht nur in der Metallverarbeitung. Auch unsere elektronischen Bauteile planen und konfektionieren wir auf Wunsch nach Kundenvorgaben. Beim Design haben wir den Endkunden im Sinn und sind um Übersichtlichkeit und einfachste Handhabung bemüht. Technischer Vorsprung in unserem Segment bedeutet Marktsicherheit. Wir forschen, um unseren Kunden einen zusätzlichen Wettbewerbsvorteil bieten zu können. Auch die elektronischen Komponenten unserer Whirlpools werden von uns selbst gebaut und weiterentwickelt. Die Komponenten eines modernen Whirlpools sind und bestehen aus Hightech. Aus den besten Materialien und sind im Idealfall auch noch wartungsfrei und einfach zu montieren. Um den Prozess der Endfertigung zu erleichtern, verbaut Koller Steckverbindungen. Fortlaufende Kontrollen während der Fertigung vermindern Ausfälle. Elektrifizierte Elemente bedürfen ein besonderes Maß an Sicherheit. Deswegen prüfen wir auch alle Elektronikteile auf ihre hundertprozentige Sicherheit und Funktionalität. Lagerkapazitäten spielen im internationalen Handel eine immer bedeutendere Rolle. Bei uns können sie auf diese auch zugreifen. Verpackung und Versand erfolgen in unserem eigenen Logistikzentrum, wobei auch hier nochmal nachkontrolliert wird. Whirlpools zu bauen ist ein Miteinander. Mit den Kunden und den Mitarbeitern. Natürlich ist es eine Menge Handarbeit, bis alles nochmal kontrolliert ist, an jedes Teil an seinem Platz ist und jede Schraube sitzt. Aber anders würden wir es einfach nicht haben wollen. Es ist ein Prozess, in dem Innovationen das Morgen bestimmen. In dem allen voran Handschlagqualität zählt. Wo die Leistung des Einzelnen das Ganze erst möglich macht. Um ein Kunststoffteil herzustellen, benötigt es eine Spritzform. Daher ist der Formenbau auch eine hauseigene Abteilung. Zum Einsatz kommen nur qualitativ hochwertige Rohstoffe. Für ein perfektes Teil, das leicht zusammengestellt und eingebaut werden kann. Die Massenfertigung von Sichtteilen erfolgt bei uns besonders produktschonend. Der Anguss wird sofort abgetrennt. Wo Koller draufsteht, ist unser seit 30 Jahren gesammeltes Wissen rund um die Whirlpool-Technik drin. Da kann es schon passieren, dass Sie öfters als Sie glauben ein Koller-Produkt in Händen halten. Denn wir produzieren auch für das Label anderer Marken. Funktionalität steht im Vordergrund. Einzelteile werden am PC entworfen, ihr Zusammenbau dadurch optimiert. Unsere geprüfte Qualität ist zusätzlich ein Garant für die Langlebigkeit der Koller-Produkte. Das wissen auch unsere internationalen Kunden zu schätzen. Wir liefern an über 150 Länder der Welt. Auf die jeweiligen Handelsbestimmungen ist unsere Logistik natürlich abgestimmt. Und wir sprechen ihre Sprache. Als Einzelteillieferant wissen wir, wie wichtig Ihnen eine einfache Verarbeitung und clevere Konzeption der Teile ist, die Sie in Ihrer Produktion einsetzen wollen. Sie erhalten Sie deshalb auch einbaufertig, zusammengebaut und kontrolliert und kontrolliert und zusammengebaut. Fertig für den Einsatz in Ihrem Produkt. Als besonderes Service bietet Koller Schulungen für Monteure seiner Kunden an. Genauso wie vorgeklebte Kits für die Endmontage. Internationale Kunden vertrauen auf das Know-how und die Kompetenz von Koller im Einbau von Whirlpool-Systemen. Und lassen Ihre Wannern gleich bei uns fertigen. Mit Koller erhalten Sie Produkte, die das Fundament Ihrer Fertigung bilden. Und die halten, was Sie versprechen. Einen Partner, der Know-how und Technik fest im Griff hat. Bei dem jede Schraube sitzt und Qualität unser Versprechen an Sie ist. Derven Komm Roland-W %. Beg DIY nicht immer wieder rausgelaufen, aber das situated ist 100 Cent в gauge. Und das ist eine Drauffy. Und das braucht eine Mal sich für Kinder Einwww.